Guten Tag! Heute machen wir die Stempel von Blättern mit recyceltem Material. Und wir können so etwas machen. Zuerst brauchst du Blätter. Und ich habe so etwas gefunden. Und wir suchen das Cyclef Material. Das sind von Gemüse oder Hamburgern. Und du musst die Blätter machen. Und du musst die Nerven gut drücken. Und du musst die Nerven gut drücken. Und du musst die Nerven gut drücken. So, die ganze Zeit. Bis die Nerven klar ist. Ich habe hier das gelähmt. Und es ist einfach zu arbeiten. So, kommt es an das Ende. Ich habe hier noch 2. Wir werden weiter probieren. Ich habe 2 Farben. Braun. Und dieses auch. Weil es sind die Herbstfarbe. Und hier. Wir mengen. Und hier. Das war's für heute. Ich finde das nicht, du kannst mehr Farben, oder besser drücken. Ok, so. Und hier ist mit ein bisschen Karton. Ich hoffe, dass du schön hast gefunden. Bis eine andere Kere. Tschüss. 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 Tschüss.